Die sind frei, Waffe grün. Wenn du beschossen wirst, also gelb. Alles klar. Alpha für Bravo, hier bei Alpha unten ist schussfreie Zone, wenn ihr wollt, kann nur hier zu uns runterstoßen. Alles klar, Bravo. Die auf 250 Grad Südwesten feindliche Einheit rennt gerade runter zur Küste. Koopa ist die Leader. Shifty, du nimmst alles das aufs Korn, was direkt zu uns rennt. Also wenn sie so, dann siehst, dass die bloß noch ein paar hundert Meter sind, dann sagst du mir vorher Bescheid und dann entscheide ich über Feuerfreigabe. Also sind jetzt gelb die Waffen? Ja. Was ist mit Killerhasen? Ich hab keinen Bock, dass du eh nicht anspringt. Ich muss aber dazu sagen, wenn wir uns jetzt der Antenne nähern, sollten wir wirklich aufpassen, inwiefern wir uns doch auch der Stadt nähern. Die Stadt ist total krass. Ist echt krass. Das ist eine übelste Festung. Juhu. Es sieht von hier nicht so aus, da unten steht ein Zivilist. Alpha für Bravo. Ja, okay, ich sehe euch. Andi hat's alles gesehen, er ist durchgefahren sozusagen, aus die Stadt. Teilweise so ein Stück. Äh, Shardy hat Probleme. Ähm. Trips übernimmst du dann die Führung, bitte, aber ich kann noch kaum reden. Egal. Der Nüschel ist da halt. Charakter halt nicht in den Augen, dann auch. Du musst dann da Mikrolauter schlägen. Äh, drück, äh, setz dich hin. Äh, oder... ...pallotieren und dann... Wie soll es die Führung sein? Äh. Äh. Puss. Umlaut A. Äh, wie Ärsche. Okay, Alpha, wir rücken ein bisschen weiter vor und schauen mal die Lage. Feindliches Fahrzeug auf 220 Grad Südwesten in der Stadt drin. Hinten an der Abzweigung geht's in den Berghoffeld. Den kann er wohl hier hoch schießen. Charly, kannst du dich so? Da muss ich erstmal wieder zu Charly stoßen. Woh, 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 Woh! Alter! Dann läuft er einfach zwischendurch durch die Drecksau! Ich bin froh, dass ich ihn jetzt nach links gedreht hab! Ich hab den auch grad gesehen und dachte das wär Macky! Äh, oder Riku! Eie, wie geschlechter! Noch mal die Frage, wo soll Charles die Stellung beziehen? Äh, ich bin gleich bar, ich muss erst mal wieder zurück losen! Wir haben Feindlöscher Einheit, hinten am Friedhof zurückgezogen! Zero! Ignorieren, der ist in der Stadt, ich schau mir die Stadt an! Cooper, Dustin, bitte haltet euch dran, das ist nicht momentan eine Elite, da hab ich einfach vorhin! Car, 300 Meter North East! Rechts von uns, mein Zeck im Tal! Ah, das ist ein Bidtritt! Du fährst durch ein Minenfeld, du fährst durch ein Minenfeld! Du fährst durch ein Minenfeld! Ach, das ist so schnell! Oh, das hab ich aber Glück gehabt! Pfff! Er hätte mich hier fast nur noch umgeprettert, ey, der Sack! Was ist denn das für eine Disziplin eigentlich? Das war alles noch! Das frage ich mich auch grad! Schiff, klar! Schiff, klar! Okay, gut, äh, Charlie wieder... Ähm, auch... ...oder... ...der hier drücken jetzt, ja? Der Funk-Turm ist sauber! Wir sind zwischen drei Ziele unten beim Haus! Danke, Shifty! Weitere Ziele! Ganz gerätzt werden auf jeden Fall nicht respawnen! Das ist ein Minenfeldes Feuer aus 180 Grad am Hügel auf der anderen Seite! Riku, du hast Feuerfreigabe in der Higgen, aber meistens Shifty! Kannst du von da hinten wirken, ansonsten Brügel wieder auf mich vorrücken! Ja, ich bin schon dabei, Gegner zu töten! Ich wünschte sie! Alles klar! Ich bin... Ah, ich bin... Ah, King, ich bin immer noch am Spawn! Echt? Kannst du dich bewegen? Ja. Also ganz normal rumlaufen? So ne. Dreh mal ein Mausrad und guck mal ob du da so ein rotes Respawn hast. Oder was auch immer. Das feindliche Fahrzeug steht wieder. Geht's nicht. Jetzt geht's. Auf die Seite bitte aufrücken. Ich kann nicht aufstehen. Washer Achtung, ich bin Hünder. 3. Form on me. Hinten. 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 Feierfrei. Charlie, was ist eure Position? Wir sind dritten oben. Wir sind dritten oben. Charlie. Hinten. Ich hab Charlie im Blick. Kann ich so aufstehen Dursten? Feindliche Einheiten bewegt sich. Also ich kann... Der ist tot, das war Double Kill. Sam Fischer kann nicht fretzen. Ich bin drin. Beschuss, 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 beschuss. Wow, wow, wow. Ziehen wir uns zur Kapelle zurück. Aber lass mich mal ausstehen, dass sonst der zu mich gehen kann. Ja, geht. Warum? Die Mauern weg hier. Oder ist es nur bei mir? Nein, komm zurück. Lass uns mal hier versuchen hinter der Kapelle rumgehen. Wir kommen hier in bessere Sicht. Copy. Ah, mich hat zerwischt, wartet. Okay, warte. 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 Charlie, mehrere Feinde. Westlich im Wald. Danke für den Hinweis. Ich weiß nicht, ob da noch mehr Leute reinpassen. Jo, hin. Kubert, Charge, los. Aufschließen zum Haus. 4, Mann, 3. Kannst du mich flicken? Schiffsi? Ah, perfekt. Äh, Alpha für... Äh, Crusher für Alpha. Ich bin wieder geratzt worden. Passt. Rein ins Haus, Leute. Charlie, rein ins Haus. Charlie, rein ins Haus. Doppelweg. Ja, weil das stand bloß da, dass du irgendwie wieder quit, ploppa ploppa bist, abstatist, du bist wieder am Spawn, deswegen bin ich schon mal zu deiner Weiche gelaufen. Ja, ich war auch wieder am Spawn. Äh, Alpha für Charlie, in welches Haus geht ihr rein? Ne, ich hab's hier auf der Karte markiert. Ähm, ganz kurz. Ja. Äh, ich bin ja halt im Disconnect, beziehungsweise spieler. Jetzt steh ich an Spawn, krieg ich dann auch einen Wee-Spawn? Wenn ich nicht getötet wurde, ne? Ne, wahrscheinlich nicht, dann musst du herkommen. Okay. Autostraße entlang. Das ist einfach der ganz normale Straße entlang. Dann kommst du genau hier bei uns an einer Antenne. Kein Problem. Checkpoint sich ja alle klären. Äh, Alpha für Charlie, wenn ihr auf der Karte markiert, müsst ihr das im Global Jam machen. Ähm, sonst sehen wir das nicht, sonst postet ihr das nur für euch. Und Charlie, wo seid ihr? Oh. Ich hab meine Waffe verloren. Und wo verdammte Karte? 4, regroup. Ich seh's denn natürlich mit Kasch aus. Schauen wir doch, wo das ist. Ja, Manuel. Äh, meine Waffe ist weg, Charlie. Taking fire, target eliminated. Äh, wir haben uns zuerst. Lass uns da raus, lass uns da raus. Ich hab keine Munition mehr. Oh. Move. 3, regroup. Ja, einfach ne neue. Move Half-Click. South-West. Nein! Nicht, nicht moving, angreifen hier. Fuck, jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Immer wenn ich den markieren will, trifft er mich. Ja. Ah, Crusher, Mackie und Rico sind auf dem Weg. Äh, Crusher, da. First Aid. Ich brauch Munition. Sind gleich für euch. Alles klar. Ähm, schau doch einfach mal in dem sein... in dem seine Rechte und so nach. Hast du's gemacht? Äh, Shifty, du müsstest versehentlich von mir ein Move-Befehl bekommen haben. Da sollst du nicht hinlaufen, da sollst du die Feinde töten. Hä? Ich hab gar nichts bekommen. Hast du nicht? Okay, dann passt das. Negativ. Weil bei mir überall steht Move, auch... Muss man auf die Map gucken. So, äh, Charlie, das Flusthal, wenn er schon noch da unten befindet, ist derzeit sauber. So, Crusher ist nicht wieder da. Alles klar. Machin-Gunner, 400m. Bearing 210. Fire at that soldier. Ähm... Ja, das Fahrzeug steht. Da ist ein Ziel. Äh, da ist doch gar kein Ziel. Was ich? Crusher, äh, Dorsten schießt mal aufs Fahrzeug. Ähm, positiv Fahrzeug. Wo? Crips, was brauchst du? Brauchst du für das MK200? Ich hab noch zwei Magazine, ich kann dir alles abgeben. Ja, genau, das brauch ich. Ich hab nur noch zwei Leute. Dann brauch ich Kontakt bei dem Haus Richtung 100. Dann kommen wir rein in die Höhe. Aber der B7 ist Auto, grad nicht da. Ich hab sie abgelegt in dem Haus. Du kannst sie es abholen. Kein Kontakt. Oh, no. Oh, no. Disconnect. Ich hab hier ein Fahrzeug. Das ist, äh, voll mit Leuten. Carlo. Das ist jetzt das Fahrzeug, der uns übring runtergehen. Feindliche Einheit für Alpha auf Südwesten 225 Grad. Hier ist ein kleinen Hof drinnen. Dann. Hat jemand von euch MK200-Magazin gefunden? Hm, ich bräuchte auch welche. Aber hier sind da keine Mediot. Kann das sein? Wo habt ihr denn die Waffen her? Die sind alle, wie aussieht. Da waren vor allem schon keine drin. Das ist komisch irgendwie. Ach so, bei der Alpha 200, guck mal, sind hier die 6,5mm seiner Bound-Bades. Wo sind die denn drin? Okay, Mäcki. Der ist, wo ich grad vorstehe. Mäcki. Ah, okay. Ich hab mir das Auto da unten gesehen. Mäcki, Rick. Ja, positiv. Shifty, wie schaut's bei euch aus mit Munition? Habt ihr noch genügend? Geht. Geht. 13 Magazine. Ja, alles klar. Ja, 5 Magazine. Ja, das reicht mir noch ein Weißchen. Shifty, du hältst hier oben mal die Stellung. Ich geh mit dem Rest mal runter in das Dorf da. Oder diesen Bauernhof. Direkt unterhalb von uns. Alles klar. Oh, oh, ich hab' mich schossen. Ah ne, Leute, das sind meine Schritte. What the fuck. Okay, mh, Charlie, weiter aufrücken Richtung Lager. Ja, ja. Äh, wir schauen uns hier nochmal. Stopp, Patriot. Das Auto. King, das war knapp. Ja, ja. Ich kann nicht das Auto. Wach denn, ey. Erst. Oh mein Gott. Oh shit, shit. So. Ah, Fahrzeug. Ich hab das Ding voll lang gesehen. Wir kommen immer das Medi-Fact, das er dabei hat mit. Ja, cool. Ja, Leute, respawnen wir nicht immer alle gleich sofort. Und dann wartet mal bis, äh, vielleicht kann man retten. Meki, kannst du mal gucken, ob du mich halten kannst? Der hat, der hat 200er, 6,5. Ach, sehr schön. Ich hab eine Frage. Wenn ich respawne, kann ich mir dann neue Waffen wieder mitnehmen? Okay, äh, Charlie einfach respawnen. Ja. Dann nehm ich dir doch keinen mit. Dann respawn ich und nehm eine vernünftige Waffe mit. Okay. Charlie einfach respawnen. Wir kommen mir nicht da. Okay, Alpha, hier mal kurz das Gebiet absichern. Und der, der da schießt, ist Shifty. Jojo. Also ihr hört meinen Schalttemper da unten. Jo. Das Zischen, das ist aber noch ein Bug vom, von der Engine selber. Wenn Charlie fertig ist, dann gehen wir in den Dorf. Unten im Dorf, auf 240 Grad Südwesten, zwischen zwei Häusern oder so. Hab ich grad was laufen sehen, da ist er. Meine Sitzeihe ist auf 2 Grad eigentlich still. Ihr seht alle so mitgenommen aus, hinten auf der Rappe. Die schlafen, weil's uninteressant ist. KG, kannst fahren. Äh, einer von Charlie, glaube ich bin, in Apoval. Oh, wer ist da ausgestiegen? Ist hier grad was explodiert? Ne, ich hab gerade jemanden erschossen. Ich hab auch ne Explosion gehört. Ja, das war's nämlich. Können wir weiterfahren? Ja, das ging von weiter, ja. Ja, von weiter, von weiter. Ah, Crusher, kannst weitergehen? Ähm... Äh... Bravo, hier Alpha, wie ist denn eure Position und Status? Äh, Bravo ist wieder auf dem Weg zur Front. Alles klar. Wieso sitzt ein King bei mir da so halb besocken im Auto? Charlie, hier Alpha, ihr seid mir wahrscheinlich auf dem Weg zur Front, ist das richtig? Der hat, der hat die Pressione, nur muss über sein Leben nachgehen. Und deswegen sitzt er nicht im Auto. Andy, was ist deine Position? Äh, ich seh's bei euch im Auto. Ach, ich dachte du liegst bei uns tot im Auto. Ach, ich seh's. I'm out! Alles klar. So, Janus. Jackie, Rico, wir gehen mal ein Stück weiter vor. Ähm, Crusher, äh, erlaubnis um mich zum Friedhof zu begeben und von dort aus die Gegner zu lokalisieren. Copy. Ausführen. Hey, Phil, du weißt, dass Schifte schon ist. Schifte, Alpha. Alpha Scharfschütze wurde von Fahrzeug aus der Militär-Range, soweit ich weiß, eliminiert. Schifte. Schifte, bist du jetzt respawn? Äh, soll ich respawn machen? Nee, Alpha rückt zu Schifte auf. Alpha, Bravo rückt in Richtung Charlie, um das Fahrzeug zu vernichten. Copy. Bravo, folgen. Charlie, Position halten. Machine Gun 100 Meter West. Copy. Charlie, bitte Rundum-Sicherung. Wir warten. 300 Meter South East. Ja, was geht. Ich hab da, ich hab da, ich hab da, ich hab da schon ein bisschen. Wir warten jetzt erstmal auf Bravo und Alpha. Ja. Bravo halt. Enrico, kannst du von da unten was sehen? Ist nix. Ah, okay. Immer noch der Patriot. Äh, Koffi, gehst du mal zur Hügelkante und spähst in Richtung Fahrzeug. Ja, Haris. Er hat Explosives, der Burger. Ja. Äh, Koffi ist IT, deshalb Koffi? Ja. Copy, Copy, Copy. Rico, schließ mal bitte hier oben zu uns auf. Ja. Schifte, wo ist denn das Fahrzeug? Ich bin jetzt... Ich hab... I1 steht unten an der rechten Brücke bei dem Wasser. Das andere, das Fahrzeug, was mich erledigt hat, entweder war das das, was Rico vor uns beschossen hat, oder aus der Firing Range. Äh, Fahrzeug? Ein, äh, irgendwas draus. Charlie, nimm dir nach. Äh... King, King, geh mal mit, äh, oder Andy und King geh mal mit aus. Koffi kümmert dich bitte um das Fahrzeug. Weiko, bitte. Weiko. Steh unter Beschuss. Take me fire. Under fire. Enemy fire. Enemy fire. Enemy fire. Shift, hier hast du zufällig einen Taunen. Warte in den Heck. Bravo, mach gleich bereit zu feuern. Koffi. Koffi. Koffi, siehst du das Fahrzeug? Zwei Fahrzeuge. Und zwei Kontakte. Verstanden. Wie viel Munition hast du? Für die NLOR ein. Enemy fire. Drei Kontakte, drei Kontakte. Wir haben, äh... Mach die NLOR bereit, damit du einen Fahrzeug auf dem Hügel. Killen kannst. Alle anderen auf die Infanterie schießen. Ein Kontakt kommt hoch. Sobald das Fahrzeug in die Luft geht. Okay, ich höre Kontakte direkt voraus. Verstanden. Verstanden. Alpha ist ready. Wurden gesehen. Alpha ist ready. Alpha sind alle da. Ich bin dauernd. Wiederhole. Ich retz dich. Alpha. 400 Meter. Bearing 120. Alles klar. Nochmal, ich hab dich nicht verstanden. Meine Einheit hat dazwischen gequatscht. Taking fire. Under fire. Das ist mein Fahrzeug auf 180 Grad. Soll ich laufen, oder? Charlie, ich glaube, der Lauf ist das Fahrzeug mit einem LMD anzugreifen. Das Problem ist, davon ist ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Der unten. Der unten, Koffi. Ich komme mal schnell, Sam. Merk. Charlie, wir haben Feuer, äh... Waffen grün auf alles. Ich hab's gesehen. Bleibt auf der Reisweite des Fahrzeugs. Da standen. Ich sehe leider das Fahrzeug nicht. Ah, jetzt sehe ich's. Äh, Rico, kannst du das Fahrzeug ausschalten? Ich bin tot. Du bist verletzt? Ich bin tot. Merk. Wo bist denn du? Du bist jetzt respawned, ne? Ja, ich hab nachgefolgt. Ich hab... Tut mir leid. Ich weiß nicht, ob ich hinkomme. Tut mir leid, ich hab dich nicht gehört. Merk, das Fahrzeug kriegen wir weg mit zwei gezielten Granaten direkt. Von... 3... 13 Meter hoch. Ja, genau. Ich hätte sie nicht ausschalten können. Ich hab keine Munition mit. Ah, okay. Merk. Merk, hast du mich verstanden mit 180 Grad? Äh, negativ. Nochmal bitte. Auf 180 Grad ist ein weiteres Fahrzeug auf dem Hügel. Verstanden. Wir haben beide Fahrzeuge gesehen. Patriot ist verstorben. Ich würde dir wieder ein Lied besaut, weil er da ist. Verstanden. Äh, Crusher. Soll ich versuchen mit Handgranaten das Fahrzeug in der Stadt... ...unfähig zu machen, damit die Einheiten aussteigen? Geh um auf den Hügel. Warte. Äh, ich... Ich möchte erstmal das Fahrzeug sehen. Ich hab... Weil ich hab einen Tuber dabei. Das steht hier unten, direkt vor der Brücke. Meine Position, ich bitte über den Baum gucken, da siehst du es. Patriot, über den bitte den Lied von Charlie. Ja, ich bin wunderbar. Äh, Merk, bitte um erlaubnis Miene anbringen zu dürfen. Direkt zwischen Baum und Towers. Da siehst du, es ist unbekannte Dinge. Handy nochmal. Handy wiederhoben. Sekunde. Ich bitte um erlaubnis Miene anbringen zu dürfen. Bei dem ersten Fahrzeug. Kommst du da hin? Ich glaube ich komm hin, ja. Alles klar, bravo, bereit. Da ist eine Feineinheit, die gehört dir. Du hast Charlie. Warte mal. Das gibt's nicht. Ja, ja, ja. Kann dir das Auto durchschießen oder was? Aber wie soll das Fahrzeug komischerweise nicht? Das ist nur Wachsbecken. Boah, 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 boah. Maschine-Gunner. 300 Meter Südwestern. Frag out. Scheiße, ich seh da nix. Ähm, da gibt's ne kleine Base von rechts vom Eingang, die noch ein paar. Unter Feuer! 400 Meter Eingang 120. Ich hab eine noch. Ja, komm mal mit runter und lass mal den unteren ausschalten. Der hat schon zwei abbekommen. Wo steht denn der untere? Der direkt rechts von dir. So ungefähr auf 1 Uhr. Unten an der Straße. Komm mal mit runter. Der steht direkt vor dir. Oder wenn du noch ein... Ah, sicht, 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 sicht. Okay, alles klar. Ich hab ein Fahrzeug auf... 240 Grad. Okay, ich höre Fahrzeug. Ich denk, das ist... Ja, das ist der... Oh, okay. Ah, schein. Leist das. Die müssen wir da runterlegen. Ich hab noch Knappwerfer. Kannst du das von hier ausmachen, oder musst du dazu vorbringen? Ich muss da n bisschen näher rangehen. Hm, warte mal noch. Warte mal noch. Enemy Fire! Enemy Fire! Enemy Fire! Siehst du das Fahrzeug? Taking Fire! Ich sehe das Fahrzeug. Ich bin hier unter Feuer. Ich sehe das Fahrzeug. Ja, ich hab's gesehen, dass auf dich geschossen wird. Ich hab's gesehen, dass auf dich geschossen wird.